Herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Hier bei Ihrem Lokalsender BLK-TV am Mittwoch, den 19. Juni. Und hier die aktuellen Meldungen. Am 22. und 23. Juni findet rund um den Hassesee der 16. Mitteldeutsche Firmenteam Triathlon und der 18. Geiseltal-Hassesee Triathlon statt. Die Veranstalter bitten in diesem Zusammenhang die Verkehrsteilnehmer am 22. Juni zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr sowie am folgenden Tag zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr um besondere Vorsicht. Die Radstrecke verläuft von der Einfahrt Strandbad in Richtung Reichertswerden. Über die Kapstraße zur B176 nach Pettstedt und über Luftschiff, Leihar, Sasa zurück nach Rostbach. Kreistagsmitglied Rüdiger Erben, SPD, informiert über eine weitere Verbesserung der Straßenverhältnisse im Kreis. Es war bereits auf eine Initiative der Kreistagsfraktion zurückzuführen, dass in den Jahren 2019 bis 2020 die Ortsdurchfahrt Tornau der Kreisstraße K2197 saniert wurde. Es war damals die erste Maßnahme, für welche keine Straßenausbaubeiträge mehr entrichtet werden mussten. Doch um aus dem Ort wegzukommen, ging es weiterhin auf einer schlimmen Holperpiste Richtung Wuschlaub. Damit hat es nun auch bald ein Ende, denn ab nächster Woche wird auch die freie Strecke vom Ortsausgang bis zum Anschluss an die K2196 Richtung Wuschlaub saniert. Dazu gehört auch die Sanierung des Durchlasses für die Grunau. Aus dem Kreishaushalt des Burgenlandkreises werden für die Baumaßnahme ca. 622.000 Euro aufgewandt. Am 29. Juni öffnet die Zeitzer Stiftsbibliothek erneut ihre Türen für Interessierte, die in die faszinierende Welt der alten Schriften einmal eintauchen möchten. Besucher haben die Gelegenheit, einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Büchersammlungen und Archivbestände zu gewinnen und deren Ursprünge bis ins Spätmittelalter zu verfolgen. Von April bis Oktober kann die Stiftsbibliothek an jedem letzten Samstag im Monat im Rahmen einer öffentlichen Führung besichtigt werden. Ab Juli 2024 findet die monatliche Führung um 14 Uhr statt, anstelle wie bisher um 13 Uhr. Außerhalb der monatlich stattfindenden Führungen kann die Stiftsbibliothek auch zu den regulären Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Die Weißenfelser Färberstraße ist vom 19. Juni bis 23. August im Abschnitt vom Lutherplatz bis zur Moritz-Hil-Straße komplett gesperrt. Vor Ort werden neue Trinkwasserleitungen verlegt. Die Umleitung erfolgt über den Lutherplatz, die Lutherstraße, die Gustav-Adolf-Straße und die Moritz-Hil-Straße. Die ursprünglich ab dem 24. Juni gemeldete Vollsperrung der Landesstraße L 204 in der Ortsdurchfahrt Schönburg beginnt jetzt erst am 8. Juli. Der Bauendtermin bleibt wie gemeldet der 25. Oktober. Wie die Autobahnpolizei meldet, war der Fahrer eines Pkw mit auffälliger Fahrweise auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. Er trank während der Fahrt aus einer Bierflasche. Daraufhin wurde er bei Lützen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss mit 2,5 Promille fuhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Nachdem der Synthenix-MBC bereits die ersten Spieler-Neuzugänge für die kommende Saison bekannt gegeben hat, erfolgt nun die Verabschiedung von einigen Spielern. Nicht mehr für die Wölfe auflaufen werden Chris Ebuendo, Jonathan Dunn, Jonathan Stove, Hendrik Warner, Ralf Urno, Nico Wenzel und Tim Martinez. Mit Spencer Reeves konnte allerdings bereits ein namhafter Dreierschütze vom Liga-Konkurrenten Rasta Fechter verpflichtet werden. Soweit die aktuellen Nachrichten. Jetzt geht es weiter im Programm von BLK TV, Ihrem lokalen Fernsehsender aus dem Burgenlandkreis. Dabei wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017